Was ich mein? Das ist voll die Mickey Moos, oder? Naja, na gut, ne? Bombe jetzt. Wunderbar. Und natürlich hole ich noch was. Schönes. Oh, die brauchst du gar nicht. Was ist das, was du holst? Nö, nö, nö. Na, ich glaub, das war nicht so klug gesetzt. Ja, ich hab recht. Jetzt kann ich das natürlich nicht oft chargen. Nö, nö. Weißt du, was man hier kriegt? Nö. Oh, da müsstest du es jetzt sehen. Du kennst es bestimmt. Da ist der Umhang. Ach so, dann holst du jetzt den Krupp. Ach so, damit kann man sich unsichtbar machen. Mit diesem Umhang. Ich hab's noch. Ja, unsichtbar. Na, ich hasse es. Muss da genau drin stehen. Hm. Wenn man auf irgendwelchen Kanten steht, dann wird man direkt wieder zurückgeportet oder so, ne? Ne Biene. Äh. Ja. Tempel, ne? Kruppstab? Blauer, ne? Nein. Na gut. Dann Tempel. Aber eigentlich... Äh. Ich mach den sechsten immer vor dem fünften. Soll ich das auch wieder machen? Ja klar. Alles klar. Dann machen wir das mal. Vogel. Vogel. Ach so, die gibt's ja nicht in der Welt. Genau. Den Vogel gibt's übrigens nur in der Welt hier. Du musst trotzdem in der anderen Welt sein. Ja. Das würde ich auch machen gleich. Na gut. Keine Bange. Ich weiß nicht wie, aber... Aber du weißt es jetzt. Ey, das ist ja billig. Tja. Äh. Ach nee. Oder? Ich glaub man braucht das Erdmilderjong um den... Ich weiß nicht, ob du das... Da vier Herzen hast gesehen. Auf jeden Fall mega viel. Übertrieben, ey. Mhm. Jawoll. Das Erdmilderjong haben wir doch. Nein, das haben wir nicht. Das ist ja das Luft. Das muss ich jetzt nur holen, ey. Ach so. Naja. Bis gleich. Was machst du denn da? Was mach ich denn denn? Ich kann nur wissen, dass ich dann auf so ner blöden Ecke stehe. Zum Glück haben wir dieses wunderbare Etim hier. Ja, man. Jetzt wusste die... Das Erspart eigentlich hochlaufen. Genau. Zumindest nur... Ja, die will er nicht. ... einen kleinen Teil. Hier kann ich mich aber wieder vollheilen. Der blöde Ob. Ja, Mann. Der ist übelst nervig. Ja. Den haben sie auch nur eingebohrt, damit der Welt einem den dummen Spiegel da geben kann. Ja. Mehr bringt der Typ nicht. Da ist ihm nichts mehr eingefallen. Ne. Wie kriegt man den Spiegel jetzt? Keine Rätsel mehr. Hehehe. Dann kann ich auch gleich, äh, den blauen Stapel holen. Sowieso? Mhm. Was macht denn der da, ey? Ja. Er hüpft. Er hüpft einfach. Zum Glück droppen die Rubine. Du hast genug, mein Lieber. Ja. Hab ich's nicht. Achja. Ah, ich komm gleich gar nicht mehr zurück. Fällt mir dann mal ein, oder? Ach doch, klar. Keine Ahnung, was du meinst. Gut. Das ist immer gut, wenn du keine Ahnung hast, was ich meine. Ich spule das mal ein bisschen vor. So. Warum? Ja, warum nicht? Das muss man doch sehen. Ah, sieht man ja egal. Ja, genau. Also, weiter gucken. Hehehe. Äh, jetzt muss ich gucken. Boah, das wird der Monster Jump, ey. Ja. Ich weiß nicht genau, wo man springen muss, ist das Problem jetzt. Mach's safe state. Ja, okay. Hehehe. Ciao. Na, das ging voll. Das ist aber nicht richtig. Ja, irgendwie nicht. Ich muss in einer anderen Welt sein. Okay, ich lade einfach. Wir sind da wieder hochgelaufen. Genau, wir sind da wieder hochgelaufen. Ah, ich dachte, ich muss in der Welt sein. Da geht's auch nur ein, ne? Ja, Mann. Na gut. Mein Fehler. Ja, genau. Hier kann man gleich schön den Umhang demonstrieren, den ich ruhig hab. Hier kommt das Cape zum Einsatz. Äh, wie benutze ich das? Was los? Dün, dün, dün. Er ist der schwarze Punkt. Ich bin der schwarze Punkt, das. Wieso? Also, das zieht aber auch Mana. Ja, das zieht Mana. Und wir haben, äh, sogar halbierte Mana, ne? Also, es kostet nur halb so viel. Äh, ja. Man muss halbierte Mana haben, sonst schafft man das nicht. Ne. Sonst musst du ein paar Leben opfern, ne? Weil, hier machen sie das auch, glaub ich. Ich komm jetzt gar nicht mehr zurück. Boah, alles klar. Nimm doch einen Spiegel, oder nicht? Geht das nicht? Ne, ich glaub nicht. Da ist auch kein Mana, ey. Ne. Start und beenden. Ne, ich... Äh... Nicht? Ja, stimmt. Probier den Spiegel aus. Den Spiegel, okay. Ich sag, das geht. Ah. Ja, gut. Dann start und beenden. Ja. Alles klar. Guck mal, ob das jetzt funktioniert, ey. Noch mal Teste, bevor ich jetzt auch... Na, na gut. Es wird schon funktioniert haben. Sehr echt. Ja, letzten Mal müssen wir ja wieder spielen, ne? Ja, das recht. Jetzt hab ich auch noch das Mana nicht mehr. Sehr blöde. Egal. Geh wieder zum Opa. Haha. Hahaha. Guck mal, hier. Guck mal, hier. Ah, ich kann ja eigentlich, ne? Schon mal da unten wieder hinfliegen. Wo kann man denn sein Mana mal füllen? Musst du in einen Laden und deine Flasche auffüllen? Ja, und dann brauche ich ne Fee. Nein, Mann. Der Opa füllt das doch, oder nicht? Welcher Opa? Der am Berg? Ja. Keine Ahnung. Füllt ja nicht alles auf? Ich hoffe es. Wir werden mal gucken, ne? Selbst wenn? Was willst du mit Mana? Hm. In dem sechsten Schloss brauche ich es eigentlich. Und sonst muss ich mir halt ne wirklich ne Flasche kaufen. Scheiße. Dann mache ich es eben. Fitt zum Schloss bestimmt Mana. Ja. Ja. Ich würde da nicht einfach reingehen. Stimmt. Wohl einmal brauchst du ja Mana zum Egal. Geh da rein. Ja, stimmt. Ich muss das milder Junge benutzen. Ja, dann machst du die Monster kaputt und dann droppt das. Oh. Dann droppe mal das, was man braucht. Ja. Du hast recht. Ich kenn dich so aus, Mann. Du kennst dich aus, okay. Man braucht den Vogel, um da hinzukommen, ne? Ja. Man braucht den. Weil die Wüste ja dicht ist. Ja. Der Schattenwild. Mann, der droppt Mana. Der droppt Mana jetzt zum Glück. Aha. Sieht aus wie der Kopf von Ginso. Hahaha. Da ist Mana drin. Mann, ey. Hauptsache, die Müllen alles mit Rubinen zu, echt. Unglaublich, ey. Und, ja. Na, was macht der denn, ne? Der wird gar keinen Bock mehr auf Standard. Ne. Mal was Neues ausprobieren. Ja. Ähm, ja. Ich brauch Mana.